Ich raff es und das gibt's ja gar nicht. Gänsehaut am ganzen Körper. Bruder, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Dieser berühmte Horror-YouTuber belügt und betrügt euch. Wer ist denn ein... Was ist denn ein Horror? Meint er einen schlechten YouTuber oder meint er legit ein Horror-YouTuber? Also ein Horror-YouTuber in Form von... Es gibt einen Horror-YouTuber. Creepypasta Punch. What the fuck is this? Okay, ich bin komplett raus aus der Nummer. Und darum werde ich mich jetzt mal informieren, was ein Horror-YouTuber ist. Ihr wurdet jahrelang hier auf YouTube belogen und betrogen. Ihr wurdet jahrelang hinters Licht geführt von einem großen Horror-YouTuber. Den ich hier nicht erkennen kann. Wo ich mir sicher bin, dass viele von euch ihn kennen werden. Beziehungsweise wo ich mir sicher bin, dass viele von euch ihn aktiv schauen. Was hat er denn gemacht? Will der mir... Warte mal, willst du mir jetzt etwas sagen, dass seine Gruselgeschichten nicht wahr sind? Oder vielleicht früher mal aktiv geschaut haben. Es geht hierbei um einen Horror-YouTuber, der... Nein. ...videos macht, die frei erfunden sind von ihm. Diese Videos als Fakten darstellt und teilweise echte Vermisstenfälle und echte Mordfälle mit einbringt. Diese aber völlig verändert, nur damit sie zu seinem Thema passen und sich somit über die Verstorbenen lustig macht. Beziehungsweise ein ekelhaftes Spiel spielt. Hä? What the f***, Bro? Wir reden heute... Warte mal. Also warte mal. Es gibt ein Horror-YouTuber-Segment und da muss alles wahr sein? Ich dachte, das ist immer erfunden. What the f***? Es gibt Leute, die glauben, dass die Gruselgeschichten, die erzählt werden, wahr sind? Holy Moly, Alter. I'm confused. Vielleicht... Ich bin noch nicht ganz drin. Warte mal. Ich bin noch nicht ganz drin. Vielleicht... What? Oh? Oh. Ich muss ganz kurz hier mal... Ich muss hier mal gucken. ...über den meiner Meinung nach schlechtesten Horror-YouTuber überhaupt. Und es geht um The Teched Realm und seine unfassbar erfolgreiche YouTube-Serie YouTube Unsolved. Ihr müsst wissen, ich mache YouTube jetzt schon seit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit Horror und immer wieder kommt es dazu, dass ihr mir Videos schickt mit interessanten Themen, die ich mir doch mal angucken sollte und wo ich mehr zu informieren soll. Und dabei kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Leute mir Videos von The Teched Realm geschickt haben. Also ich bin immer noch... Also ich warte immer noch ab. Ich bin natürlich absolut nicht mein Segment, aber es ist interessant immer mal in so Bubbles einzutauchen, von denen man noch nie was gehört hat. Und so kam es vor kurzem dazu, dass ich mehrmals vorgeschlagen bekommen habe, ich solle über zwei spezifische Videos reden. Und während ich so recherchiert hatte, fiel mir auf einmal bei der genaueren Recherche auf, dass diese beiden Themen, über die er spricht und die er als Fakten darstellt, wo er Vermisstenfälle und sonst etwas zeigt, in Wahrheit nie existiert haben und er das auch sehr schlecht verschleiert hat. Und dabei bemerkte ich auf einmal, dass er noch unfassbar viel mehr erfunden und erlogen hatte, alles nur um euch in das Licht zu führen und um möglichst viel Geld zu verdienen. Bruder, ich bin... Ich bin... Also... Ich bin... Immer noch ein bisschen... Off. So, ich bin so ein bisschen... Ich komme immer noch so rein, so als würdest du in den falschen Raum gehen. Du kommst in den falschen Unterrichtsraum rein, hast dich auf Deutsch vorbereitet und steht... Und auf einmal ist Mathe. Und du kommst rein und dann... Aber du merkst es erst während der Unterrichtssitzung. Ist diese Geschichte? Jonathan, Frage ist fünf. Wait a minute, das ist doch nicht... Das ist... Das ist nicht Deutsch. Das ist nicht Deutsch im Raum 4b. Nee, nee, du bist 3a. Ah, fuck. So ein bisschen ist das. Wenn ihr versteht, was ich meine, gucken wir uns einmal kurz an, welche Videos ich meine und was darin erfunden ist. Willi2024, der Zeitreisende Das erste Video, was ich recherchiert hatte, handelte von einem Nutzer namens Willi2024. Willi2024 war eine Person, die angeblich im Jahr 2008 und 2009 einem Forum im Internet beigetreten ist. Das ist quasi ein Forum, das vor Reddit existiert hatte. Und dort schrieb er auf einmal, dass er eben aus der Zukunft stammt. Er ist angeblich aus dem Jahr... Und das war erfunden? Nee. ...2024 gewesen und war in der Zeit zurückgereist zu einem Zeitpunkt, woran er sich noch klar erinnern konnte und konnte einige Vorhersagen für die Zukunft treffen. Oh mein Gott, Alter, mein ganzes Aktienportfolio ist auf Willi2024 aufgebaut. Ohhhh... Nein! Und diese Vorhersagen, die er auf diesem Forum getroffen hatte, waren tatsächlich zu 100% zutreffend. Dabei machte er eben Vorhersagen, wie zum Beispiel, dass es in der Zukunft eine Seuche geben wird, Corona... Bruder, es wird in der Zukunft eine Seuche geben, ist so eine 100% Zusage wie, es wird in der Zukunft Krieg geben. Oh mein Gott, er ist wirklich ein Zeitreisender, er hatte recht. Gott, oh Gott. What the f**k, Bro? ...wo man sich am besten Atemmasken kaufen soll. Was? Oh Gott, es wird Krieg gegen mit ballistischen Waffen. Oh Gott, er hatte recht. Er sagte so auch zum Beispiel, dass es in der Zukunft Hoverbots geben wird, allerdings nicht schwebende Hoverbots, sondern die so sind wie Segways, quasi, wo man draufsteht und einfach fahren kann, so wie es sie auch tatsächlich gibt. What the f**k am I watching hier, Alter? Ich bin immer noch ein bisschen so... Ich finde das alles so interessant. Zudem sagte er, dass man unbedingt in Elektroautos investieren soll, was ja mit Tesla zum Beispiel stimmte und vieles, vieles mehr. Er soll mehrere Vorhersagen damals getroffen haben, die alle absolut stimmten. Und er soll das nicht nur eben auf Something Awful, diesem Forum, wo er gewesen ist, gepostet haben, sondern auch auf unterschiedlichsten weiteren Seiten. So wurde er zum Beispiel einmal gefragt, was sein Lieblingssong ist und er antwortete darauf, You better run, better run, outrun my gun. Ein sehr beliebtes Lied, Pumped Up Kicks, das allerdings erst drei Jahre später veröffentlicht wurde. Sprich, es gibt unzählige Beweise, die scheinbar eindeutig belegen konnten, dass dieser Zeitreisende Willy 2024 echt ist. Okay, und es gibt Leute, die das glauben. Oder der hat jetzt... Also warte mal, warte mal, wir warten jetzt. Ich hatte mir dieses Video von The Taget Realm angesehen und fand das Ganze unfassbar interessant. Ich fand es bemerkenswert, wie viele Informationen es gibt und es wirkte wie der eindrucksvollste Zeitreisendenvorfall, den es je gegeben hatte. Okay, also nur ein komplett gestörter... Also nur ein komplett gestörter würde das glauben. Also wirklich, wenn dir jemand sagt, Willy 2024 hat Zeitreisen, hat ein paar Sachen gesagt und da gibt es einen YouTuber, der hat gesagt, ja, ja, das ist übrigens wahr. Dann ist das automatisch nicht wahr, weil er davon berichtet, dass ein Zeitreisender... Ein Zeitreisender... Bro, listen to me. Wenn dir jemand sagt, Willy ist ein scheiß Zeitreisender, dann ist er wahrscheinlich kein Zeitreisender. Okay? Okay? Kommt mal zurück in die Realität, Bro. Kommt mal zurück. Kommt zurück aus Narnia heraus. Tritt mal aus deinem Schrank raus. Alter. Einfach, weil es keinen Grund für Zweifel gab. Das Exposed-Video hier ist jetzt also, dass er, der andere YouTuber, eine Geschichte eines Zeitreisenden erfunden hat, in der er gesagt hat, ja, ja, das ist wahr. Ist das... Ne, das kann das nicht sein. Doch als ich dann genauer weiter recherchierte, fand ich auf einmal unterschiedlichste Forenseiten... Und du hast rausgefunden, dass das nicht stimmt. ...wo sie drüber sprachen. Weil mehr Leute wollten Informationen über Willy2024 haben, nur dass sie überhaupt keine Informationen finden konnten. Ja, weil der das erfunden hat. Denn tatsächlich hat es diesen Willy2024 niemals gegeben. Nee. Mein gesamtes Aktienportfolio, aber ist doch echt. Alter, ich... Ich... Ich bin... Also... Was? Willy hat's nie gegeben? No way, bro! Chat, habt ihr das gehört? Wenn man sich eben zum Beispiel Google-Suchen anguckt, dann entdeckt man, dass es in der Vergangenheit keine bemerkenswerten Ausschläge gegeben hatte, dass so ein Willy mal existierte, dass Leute nach so einem Willy gesucht hatten. So ein kleiner, dreckiger YouTuber, der hat einfach eine Geschichte, eine wahre Geschichte erfunden, von einem Zeitreisenden... Dieser... Also jetzt wird's frech. Das wird sehr frech. Da hat jemand also eine Geschichte erfunden von einem Zeitreisenden, den's in Wirklichkeit gar nicht gibt? Oder? Holt das Team Wallraff. Holt sofort das Team Wallraff. Hier gibt's sicherlich noch einiges aufzudecken. Auch wird auf keiner Seite im Internet nirgendwo irgendetwas über ihn erwähnt. Es gibt keine Foreneinträge über ihn, es gibt keine Nachweise, dass er existiert hat. Das muss illegal sein. Verhaftet den Mann. Auch wenn man mit der Wayback-Machine versucht, in der Vergangenheit zu forschen, gibt es keinerlei... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber was ist denn mit den... Aber diese TikTok-Zeitreisenden, die sind schon echt, oder? Weil ich hab auch einen TikTok gesehen, wo jemand Zeitreisen macht und der sagt, er ist echt. Ihr wollt mir jetzt aber nicht sagen, dass der auch gelogen hat. Oh mein Gott, hier hat jemand gerade... Willi2024 hat dir gerade ein Abo gekriegt. Wrong. Aufzeichnungen, die belegen, dass Willi2024 irgendwann in der Vergangenheit mal existiert hatte. Aber hier ist gerade jemand mit dem Account Willi2024 eingeloggt. Also gibt's den ja doch. Sprich, es gibt überhaupt keinen Nachweis, der nachzeigt, dass Willi eine echte Person war. Oh mein Gott, in was für eine Bubble bin ich? Wo bin ich denn hier reingestartet? Dicker Chat, wo sind wir denn hier? Wir sind wirklich im falschen Unterrichtsraum. Und vielmehr noch, Leute haben genauer nachrecherchiert und dabei herausgefunden, dass eben die Screenshots, die von Willi gezeigt wurden, dass das Fake ist, kurzerhand fingiert wurden. Sprich, dass die einfach gefakt worden sind. Der Account Willi, der eben gezeigt wird, den gibt es tatsächlich. Er stammt allerdings nicht aus der damaligen Zeit, 2008, 2009, sondern er stammt von 2022. Ich raffe es und das gibt's ja gar nicht. Gänsehaut am ganzen Körper. Bruder, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Zumindest der Reddit-Account, der gezeigt wird. Man hat einfach diesen Account genommen und ihn dann wiederum verändert. Aber was ist denn, wenn Willi, halt, stopp, das ist ja schön und gut, aber was ist, wenn Willi nicht nur ein Zeitreisender, also wenn er ein Zeitreisender ist, dann ist das ja vollkommen okay, wenn er 2022, 2022 sein Account macht, weil er ist ein Scheiß-Zeitreisender. Der hat sein Account da angelegt. Ich komme aus der Zukunft. Ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst. Willi 2024 hat sein Account, weil er ein Zeitreisender ist, in 2022 angelegt. Das ist ja kein Problem. Das widerspricht sich ja nicht. Er ist damit in die Vergangenheit gereist und hat mit einem Account aus der Zukunft 2008 einen Forum-Post gemacht. Keine Ahnung, Digga. Das ist doch kein Problem. Checkt ihr es? Übel einfach. Da wurde aber nicht, also das, genau so ist es passiert. Denn man fand tatsächlich einen anderen Account auf Reddit, der scheinbar der Account ist, der im Video gezeigt wurde, nur dass man dort Namen und ähnliches verändert hatte zu Willi, damit nicht auffiel, dass es Willi gar nicht gab. Hm. Sprich, man konnte nachweisen, Ja, es ist also Betrug. Es ist also doch Betrug. Die Screenshots, die im Video gezeigt wurden, nicht echt sind. Dass das alles nur freie Erfindung ist. Und dann fand man sogar noch ein Buch, welches gratis im Internet zu lesen ist, wo es um einen Zeitreisenden gibt, der William heißt, aber sich die ganze Zeit Willi nennt, und dessen Beschreibung im Buch perfekt auf die Story passt, wie The Tech-It-Ram in seinem Video als absoluten Fakt, als absoluten Beweis darstellt. Alter, das ist ja absolut krass, dass wir das jetzt hier erfahren dürfen, Alter. Mein ganzes Weltbild hat sich verändert. Das bedeutet also, es gibt ganz, ganz klare Beweise, wo er sich hat inspirieren lassen, wo er gefakt hat. Hör dem Lügner nicht zu, ich bin wirklich ein echter Zeitreisender. Willi 20245. Da glaube ich dir erst, wenn du mir mit deiner nächsten Donation sagst, wie deine nächste Donation aussehen wird. Ich glaube dir nur, wenn du deine nächste Donation ankündigst, dass du noch eine Donation machst, weil nur ein Zeitreisender kann das wissen. Und es gibt keine Beweise, dass dieser Willi jemals lebte. Sprich, dieses Video mit über 700.000 Aufrufen, Oh mein Gott. ist einfach nur komplett frei erfunden. Wow. Krass. Doch, gucken wir noch einmal ein anderes Video an, was ich persönlich noch viel, viel schlimmer finde. Okay, jetzt wird's, jetzt, 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 das war nur der Vorgeschmack, jetzt wird's richtig schlimm. Also, ich bin immer noch offen für, was jetzt hier passiert. Es geht hierbei um ein sehr besonderes Video. Und zwar geht es darum, dass scheinbar eine Person, die früher auf YouTube immer und immer wieder normale Jagdvideos hochgeladen hatte, auf einmal etwas Seltsames postete. Es geht um ein YouTube-Kanal namens Larry Sycamore. Und auf diesem YouTube-Kanal, der, wie gesagt, erst normale Videos zeigte, wurden auf einmal Videos hochgeladen, die nur noch Zahlen im Titel hatten. Es gab Video 1 bis Video 49. Und diese Videos zeigten eben, wie diese Person auf einem Boot ist. Es wird überhaupt nichts gesagt. Man bemerkt nur, dass dieses Boot scheinbar mitten im Ozean schwimmt. Okay. Völlig abseits von jeder Zivilisation. Man sieht kein Land in der Entfernung. Dieses Boot, das allerdings nicht fährt, sondern nur zu treiben scheint, ist einfach alleine dort. Cool. The Taget Realm erklärt dann das Mysterium hinter diesem Kanal von eben Larry Sycamore. Und zwar sagt er, geht es darum, dass ein Mensch rausgefahren ist, dieser Betreiber des Kanals, in seinem Boot und dann auf hoher See schiffsbrüchig wurde. Ja, und das ist erfunden. Weil natürlich ist das erfunden. Er hatte zwar, warum auch immer, noch Internet auf dem Boot gehabt, aber er treibte dort vor sich hin, ohne eine Möglichkeit zu haben, wieder Land zu erreichen. Anstatt, dass er aber mit seinem Internet irgendwie versucht, Hilfe zu rufen, fing er an, Videos hochzuladen, kleine paar Sekunden Videos, die zeigen, wie er auf dem Wasser treibt. Man sieht teilweise sogar, wie ein Sturm sich nähert. Manche dieser Videos wurden bei Nacht aufgenommen. Und gegen Ende dieser Videoreihe sieht man, wie er aus seinem Boot ins Wasser springt und scheinbar weit abseits vom Boot nur noch umher treibt. Meine nächste Donation wird dein Pornhub-Passwort verraten Willi 2024 und 2025. Oh Gott. Das Boot ist gegen Ende nicht mehr zu sehen. Er ist ganz alleine im Ozean und sagt nichts. Und danach kommt kein neues Video mehr online. Okay. Laut The Tech-It-Ram ist in diesem Mysterium passiert, dass eben diese Person schiffsbrüchig wurde und sich am Ende scheinbar entschieden hat, sein eigenes Leben zu beenden. Okay, und und er sagt, dass es war, aber es hat sich wieder rausgestellt, es ist wieder fake. Er hatte also quasi seine Schiffsbrüchigkeit, die 49 Tage, die er überlebt hatte, dokumentiert und als er am Ende zu schwach oder zu fertig war, sprang er ins Wasser, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Okay, und das musste er alles filmen, ja? Er sagt dann, dass das Ganze gruselig ist, aber er hat auch einen Beweis dafür, dass es stimmt. Ja. Ein Reddit-Account. Und zwar zeigt er einen Vermisstenfall von einer Person, die Larry heißt, die tatsächlich zu der damaligen Zeit verschwunden ist. Man sieht auf diesem Screenshot von dem Vermisstenfall ganz klar, dass er im Jahr 2016 verschwunden war, genauer gesagt um den 30. Juni 2016. Exakt die gleiche Zeit, wo damals auch die Videos auf YouTube hochgeladen wurden. Soweit hatte ich mir diesen Fall angeguckt und fand ihn unfassbar gruselig und interessant. Okay, aber das ist ja kein Beweis. Der hat einfach ein Bild gezeigt, Bro. Der Ralle echte Hase 87 und 80 will hier 20 Oh mein Gott, du bist ein Zeitreisender. Ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr verwirrt. Also gleichzeitig bin ich nicht verwirrt, aber ich bin sehr verwirrt. Was zur fucking Hölle ist? Also da gibt es einen YouTuber, der macht Videos und der macht gruselige Videos und der sagt, dass die alle echt sind und okay, aber ein sehr gutes YouTube Mysterium, über das man reden könnte. Ja. Und dann fing ich an zu recherchieren. Oh Gott. Und es hat sich wieder rausgestellt, dass er sich das nur ausgedacht hat? Fucking hell, Bro. Woran kann man im Internet noch glauben? Zunächst, was sofort auffiel war, dass es diesen Kanal Larry Sycamore nie gegeben hat. Es gibt einen YouTube-Kanal, der Larry Sycamore heißt, der lädt ähnliche Videos hoch, ist aber lediglich ein Fan-Account. Jemand, der das offizielle Video gesehen hat und anfing selber diese Videos nach... zu stellen. Der originale Account ist nachweisbar nie auf der Plattform gewesen. Zumindest konnte ich über die Wayback Machine und ähnliche Methoden keinen einzigen Nachweis finden, dass so ein Kanal jemals Videos hochgeladen hatte. Die Videos, die The Tech-It-Realm uns zeigt, sind angeblich aus Screenshots, die er von einer privaten Quelle zugeschickt hat. Wer diese private Quelle ist, gibt es keine Informationen zu. Niemand wird veröffentlicht und wir werden auch keine Links in seinen Videos sehen, womit wir irgendwie nachprüfen könnten, ob die Videos wirklich mal existiert hatten. All diese Informationen zu eben diesem Schiffsbrüchigen, zu Larry Sycamore, müssen wir ihm glauben. Es ist also quasi die Quelle Glaub mir, Bruder, weil er uns keine anderen Beweise bieten kann. Er hat nur diese privaten Informationen, aber woher er sie hat, will er nicht genauer erklären. Was ich dann aber am ekelhaftesten fand, war, als ich den Vermisstenfall googelte, den er gezeigt hat. Diesen Larry, der damals zu der ähnlichen Zeit plötzlich verschwunden war. Ich gab den Namen, der onscreen gezeigt wurde, bei Google ein und suchte auch nach Vermisstenfällen, doch konnte keinen Fall finden, der dazu passte oder dieses Bild zeigte. Warte mal, du willst mir also erzählen, denn der hat sich die Person ausgedacht, den Vermisstenfall ausgedacht, den YouTube-Account ausgedacht und hat das einfach nur gemacht, um eine Gruselgeschichte zu erzählen? No fucking way. Der will mir demnächst noch sagen, dass die Geschichten rund um Paranormal Activity den Film, den ich sehr gerne mag, nicht stimmen. No way. Nirgendwo war diese Person vermisst gemeldet. Nee. Aber die Exorzismus von Emily Rose ist ja ein medizinisch belegter Fall, oder? Also, das ist ja genau so passiert. Und dann nahm ich das Bild, das er im Video zeigte und fügte es in die Reverse-Image-Search bei Google ein. Stellt sich raus, es ist irgendein Milliardär. Und dabei fand ich tatsächlich einen Vorfall. Dabei fand ich tatsächlich eine echt vermisste Person. Okay. Doch diese tatsächlich echt vermisste Person heißt nicht Larry, wie dort gezeigt wird. Die heißt ganz anders? Und ist auch nicht im Jahr 2016 verschwunden. Nee. Sondern die Person, die er im Video zeigt, ist Jeffrey Nichols. Huh? Ein echter Mann, der tatsächlich im Jahr 2004 verschwunden war. Halt, stopp. Wer sagt mir, dass Jeffrey Nichols nicht Larry Nichols ist? Weil das Bild, was Jeffrey Nichols hier zeigt, ist ein anderes Bild und hat einen anderen Namen. Ein Mann, der bis heute nicht wieder aufgefunden werden kann. Der Hinterbliebener, der Familien hat, die ihn bis heute suchen, die vielleicht nicht die Hoffnung aufgegeben haben, dass er noch lebt. Und dieser Mann, der ein echter Vermisstenfall ist. Also, alles ist erfunden. Der Name ist nicht echt, das Datum ist nicht echt, die Informationen zu dieser Person sind nicht echt. Das Einzige, was es tatsächlich zu geben scheint, ist das Bild. Aber nicht in Verbindung mit den echten Informationen. Okay. Wurde von The Techet Realm genommen, man änderte seinen Namen, man änderte die Informationen zu ihm und behielt nur sein Bild, um dies der Welt als Larry zu präsentieren, der scheinbar auf hoher See schiffsbrüchig gegangen ist und seinen Verfall, seine Odyssee filmt. Also, das ist schon nicht cool, aber auch wirklich nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann in diesem Moment. Das bedeutet, das, was er gemacht hat, ist ein gigantischer Mittelfinger in Richtung der Hinterbliebenen von Jeffrey Nichols. Warte mal, Jeffrey Nichols, ist das der Echte oder der Falsche? Von der echten Person, die verschwunden ist. Ah, okay, sorry. Alles nur, weil er sich dachte, das macht seine Geschichte glaubwürdiger, das macht sie interessanter. Okay. Sprich, ein ganz klarer Vorfall, wo The Teched Ram wieder einmal gefakt hatte. Krass. Und dann auch noch, wo es ihm völlig egal gewesen ist, wer die echten Personen gewesen sind, die dadurch Schaden genommen haben. Naja, gut, die echte Person scheint ja erstmal nicht wieder aufgetaucht zu sein, also... Dies beides waren nur zwei von unzähligen Videos, die er gemacht hat, die nicht stimmen oder die zumindest in Teilen nicht stimmen. Okay. Wenn ihr mehr über die Videos von ihm wissen wollt, die gelogen sind, dann könnt ihr einmal eben auf YouTube gucken. Es gibt dort andere YouTuber, die ihn bereits für vergangene Dinge exposed hatten. Doch ich fand es... Aber das ist doch er selber. Fake Videos. ...dort andere YouTuber, die ihn bereits für vergangene... Reagiert er auf einen Expose? ...vergangene Dinge exposed hatten. Doch ich fand es wichtig, dass ich mal über seinen Horror-Content rede, der frei erfunden ist. Okay. Also, ja, also... Ich mach ganz kurz meinen... Ich mach ganz kurz meinen Statement, ne? Jede Form von Horror-Content, die auf Basis von Entertainment erzählt wird, ist fucking nicht wahr. Denn ihr müsst folgendes wissen, und das sage ich bereits seit Jahren. Ja. Ihr dürft nicht alles glauben, was ihr im Internet habt. Oh Gott. Endlich mal jemand. Also, wenn ich dieses Video nicht gesehen hätte, hätte ich niemals die Medienkompetenz erhalten, um zu verstehen, dass diese beiden vollkommen frei erfundenen Fälle vollkommen frei erfunden waren, obwohl der YouTuber gesagt hat, der das Video gemacht hat, damn, das ist alles wahr. Gerade in diesem Horror-Bereich. Es gibt unzählige YouTuber, die eben euch Dinge darstellen und versuchen, nur das Gruselige zu präsentieren. Okay. Krass. Versuchen, pure Angst zu machen. Ja. Und jegliche logische Erklärung außen vor lassen. Wenn euch ein Thema interessiert, wenn ihr etwas interessant klingt, findet, dann googelt es unbedingt nach. Wichtig, dass Recherchen, aka googelt es nach, wirklich stattfinden. Denn was nicht bei Google steht, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen fishy, Bro. Macht euch euer eigenes Bild über die Themen. Ja, genau. Weil ihr nie sicher sein könnt, dass die andere Person euch nicht anlügt. Oh ja. Das Gleiche gilt auch für mich. Ihr könnt nicht wissen, ob alles, was ich sage, zu 100% wahr ist. Ich versuche euch immer, die Informationen zu geben. Ganz schön engstündig von dir, Stay. Hast du schon mit seiner Familie geredet, um die Wahrheit zu erfahren? Mit welcher Familie? Die ich selber für korrekt halte, die ich selber glaube, aber auch mir unterlaufen Fehler. Das ist menschlich. Deswegen recherchiert nach. Die aus Polen? Glaubt nicht alles, was ihr hört. Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Leuten verabschieden, die einfach nur Geld verdienen wollen und denen alles andere egal ist. Okay. Ich finde es einfach schrecklich, dass solche Videos auf dieser Plattform existieren. Alter, wird hier eine große Sache gemacht aus einem völlig... Also, oh mein Gott, Bro. Ist das... What the fuck? Denn ihr müsst wissen, es gibt so viele gruselige Mysterien und Dinge im Internet. Es gibt Mysterien auf YouTube. Es gibt unerklärte Vermisstenfälle. Es gibt so vieles, über das man ernsthaft reden kann, was wirklich passiert. Digga, dein Content scheint aber auch sehr interessant zu sein. Die zehn gruseligsten und mysteriösesten Vermisstenfälle. Vor drei Jahren. Vor zwei Jahren. Die fünf gruseligsten Vermisstenzälle, die bis heute ungelöst sind. Oder die gruseligsten und mysteriösesten Vermisstenfälle. Bro. Das ist... Umso schlimmer finde ich es, dass es Leute gibt, die Dinge als Fakten darstellen, nur um Zuschauer, die sich für Horror interessieren, in das Licht zu führen und damit dieses ganze Genre und alle anderen YouTuber auch in den Dreck zu ziehen. Alter. Ist das, also, Bruder, Bruder, ich bin mir ziemlich sicher, zu 99,99% sicher, dass wenn man sorgfältig über Google hinaus diese Vermisstenfälle in Verbindung mit die gruseligsten Vermisstenfälle aufarbeiten würde, dass da der ein oder andere Fakt außen vorgelassen wurde, um dem gruseligen Kontext zu entsprechen. Es ist schön, also mir ist es vollkommen egal, Alter, I don't understand. Natürlich sollen solche Sachen hier irgendwie als Unterhaltung gemacht werden, aber das ist doch selbstverständlich, Bro. Der Twist ist den YouTuber hat Krippi-Pasta-Punsch-frei erfunden, Milky316.5. Ich wollte euch einmal davon erzählen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es was anderes war. Das ist ja, also, das ist ja, ich dachte kurz, es wird ein Self-Roast. Oh, uff, ja, also, ähm, toll, andere Bubble, also komplett andere Bubble. Fünf gruselige Rituale, die ihr niemals nachmachen solltet. Die zwanzig gruseligsten und mysteriösesten Fotos. Die zehn gruseligsten und mysteriösesten wahren Geschichten. Ach so. Die Wahrheit über den Jungen vom Mars. Sei vorsichtig, wenn diese Nummer dir auf WhatsApp schreibt. Fünf gruselige Rituale, die ihr durchführen könnt, aber niemals solltet. Die zehn gruseligsten Mysterien, die bis heute ungelöst sind. Oder, komm. Ich rufe Momo um Mitternacht an, WhatsApp-Sex-Experiment. Die komplette Geschichte von Night, Night as Freddy. Rituale nachgemacht. Fünf gruselige Rituale, die du niemals nachmachen solltest. Fünf gruselige Rituale, die ihr niemals nachmachen dürft. Zehn Dinge, die du auf keinen Fall googeln solltest. Die zehn gruseligsten, mysteriösesten Dinge, die Kinder gesagt haben. Alter, ey, komm on, Bro. Komm on, Bro. Das ist doch, komm on, Bro. Ihr seid alle eine Bubble von auf Clickbait ausgelösten Horrorszenarien, die logischerweise in übertriebener Art und Weise entweder immer wieder reproduziert werden, verändert werden oder halt da, also das ist doch hier, also das ist ja das. Die wahre Geschichte von Michael Myers aus Halloween. Bro. Come on, Bro. Wenn ich jetzt hier mal Zeitreisen suche. Vor kurzem passiert der Beweis für Zeitreise. Der glaubwürdigste Zeitreisenvorfall jemals. Die gruseligsten echten Zeitreisenden. Er benutzt eine Zeitmaschine und verschwand spurlos. Beweis für Zeitreisen. Was wurde aus dem Zeitreisenden? Zeitreisende aus dem Jahr 2021 packt aus, sagt er die Wahrheit. Die glaubwürdigsten Zeitreisendenvorfälle. Zeitreisende aus 2021 macht ein Foto in der Zukunft. Menschen behaupten, Beweise für Zeitreisen zu haben. Was steckt hinter den Zeitreisenden? Bro, come on. Alter. Come on, Bro. Lass uns das doch mal nicht machen. Ist doch schön, dass solche Geschichten erzählt werden. Es gibt sicherlich eine Zielgruppe dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Zielgruppe dafür gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, I don't know. Was ist das denn? Das war ein Expos dafür, dass andere Leute das alles übertreiben und zu weit gehen. Aber ich dachte, das ist der Sinn der Sache. Ich meine, jeder Titel sagt, dass es der Sinn der Sache ist. Ich wusste nicht, dass es solche Sachen... Also, ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Das ist doch alles nur Unterhaltung. Also jetzt mal really. Das ist alles nur Gruselgeschichten. Da musst du doch niemanden exposen. Das ist alles nur Gruselei. Oder? Ich meine, for real. Ist das so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen, weil man sich nichts gönnt gegenseitig oder was? Die erfinden das doch alle zum großen Teil. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das zum großen Teil erfinden. Kannst du auch nicht den ganzen Tag irgendwelche mysteriösen Sachen sehen? Also, ich verstehe, dass das mit dem Bild ein bisschen Geschmäckle hat. Aber das war ja weit über Proportion geboxt. Also, wirklich. Das war jetzt merkwürdig, aber doch nichts, was mich überrascht. Also, gar nicht eigentlich. Wart ihr überrascht? Also, ich war nicht überrascht. Das kann ich sagen. Ich würde vorschlagen, dieser komische Typ, der da mit den Bildern rumhantiert, der sollte einfach Stockfotos nehmen. Wenn man Stockfotos nimmt, kann man sich diese nicht ankreiden lassen. Und ich glaube, mit vielen Stockfotos kann man da was machen. Also, besser das nächste Mal bei erfundenen Geschichten Stockfotos machen. Ich hoffe, es hört sich die eine schöne Zaunus an demmpfenen an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020